es geht doch um die freiheit afghanistan aber auch besetzt vor bösen russen damals da haben die amerikaner gesagt der russe musste raus wer kann das für uns machen da haben die wieder sympathischen jungen mann gefunden osama bin laden ladies and gentlemen bosen girls you know what time it is it's your boy Gensheri the very one and the only and we are back here again today on this beautiful day guys go in arben go in tag go in everything okay now go in arben guys okay hope you guys are all doing well he gets you guys blessed guys okay for me i'm super danke danke strong thank you very much for all your love and support okay but right now we are going to go straight to volka pspers the hard truth giver the brutal satire bringer the lethal joker okay he drops it in you get me he drops it in crazy all right and the last one part two he says some crazy things yeah like oh i thought past one was crazy part two got crazier now part three i think it's gonna be more mad okay i think it's gonna be more mad anyway that's not too much guys i'm gonna drop on this straight away but before we start make sure smash that like button subscribe give me some love give me some love give him some love 100 000 subscribers here we come let's go guys all right let's get it started okay so putin has said a beautiful sentence shortly after the war had ended last year putin hat gesagt wenn ich die amerikaner wäre ich würde welche finden you find some wmds yeah yeah the weapons of bad destruction because nothing was found nothing selbst dafür ist diese kiffer armee zu blöd fürscher kgb an der Bush-Nummer-Lokale-Alkoholiker-Anonymous-Chef vom KGB. Der Bush war ja nun mal Mitglied der örtlichen anonymen Alkoholiker. Wo sind die Massenverdichtungswaffen? Wo sind die ganzen Waffen in den Krieg geblieben, meine Damen und Herren? Erinnern Sie sich noch an die Gründe für den Krieg? Erst hieß es, der Hussein, der steckt hinter dem 11. September. Der hat damit zu tun. Der hat das zumindest finanziert. Der steckt mit Al-Qaida unter einer Decke, wenn er nicht sogar der treibende Motor da ist. Als das nicht ausreichte für einen Krieg, hieß es plötzlich, ja, der steht kurz für der Entwicklung der Atombombe. Der hat Uran angekauft in Afrika. Der englische Geheimdienst von Tony Blair verfügt über ein lückenloses Dossier, das beweist, dass der Uran angekauft hat in Afrika. Oh, das ist wahr, Tony Blair war auch so involviert. Oh, mein Gott. Die Leute sprechen immer noch über das. Sie sagen, probieren, 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 probieren. Oh, dieser Mann hat so viel Wissen. Was nicht ausreichte, da kamen die Milzmann-Angriffe. Können Sie sich erinnern? Milzmann-Attacke in Amerika, das war auch der Hussein. Ja, klar, sofort, wer soll das sonst gewesen sein? Yeah. War immer noch nicht genug. Plötzlich kamen die Massenverdichtungswaffen ins Spiel. Der hat Unmenge von Massenverdichtungswaffen. Dann hieß es, der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Auch ein Dossier vom britischen Geheimdienst. Der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde Europa angreifen. Wissen Sie, wer dem britischen Geheimdienst das erzählt hat? Der jetzige Ministerpräsident des Irak, Herr Alawi. Kennen Sie den eigentlich? Das ist ein alter Geheimdienstmann von Saddam Hussein. Ein alter Kumpel von Hussein. Die haben in den guten alten Zeiten zusammen die Bevölkerung unterdrückt. Und dann haben die sich zerstritten, wie der Pferd Precht hat ja schon mal so passiert. Okay. Der Alawi hat den Kürzern gezogen und musste fliehen. Abgehauen ist er nach England. Von da aus hat er seitdem den Widerstand gegen seinen alten Kumpel Hussein organisiert. Mit Anschlägen im Irak und allem drum und dran. Und um endlich die Wettbevölkerung dazu zu kriegen, ihn wieder dazu installieren, hat er den Engländern erklärt, er wüsste ganz genau, der Hussein hätte Waffen, die könnten ihn auch von einer Dreiviertelstunde in ganz Europa angreifen. Er hat Wettbevölkerung in Europa in drei Quotas von Alawi. Zum Dank haben die Engländer ihn ja jetzt zum Ministerpräsidenten gemacht. Nichts bei den ganzen Gründen war korrekt. Es war alles erstunken und erlogen. Viele haben das damals schon gesagt. Und wie sagte Herr Schäuble... Wait, what? Ja, nichts von den ganzen Gründen war korrekt. Es war alles erstunken und erlogen. Viele haben das damals schon gesagt. Und wie sagte Herr Schäuble damals, auf den Vorwurf der Krieg ist ungerechtfertigt. Herr Schäuble sagte in einem Vortrag, der Irak-Krieg ist eine schlechte Lösung. Aber eine noch schlechtere Lösung wäre eine gedemütigte Weltmacht USA. Da können Sie mal sehen, was für ein Kelch an uns vorbeigerollt ist als Bundespräsident. Vergessen Sie es nie wieder, das perverse Weltbild des Dr. Wolfgang Opferschäuble. Der Schäuble hat doch im Prinzip gesagt, ein paar tausend tote Iraker sind schlimm. Aber noch schlimmer wäre, wenn die Regierung Bush zugeben müsste, dass sie gelogen hat. Noch schlimmer wäre, wenn die Regierung Bush zugeben müsste, dass sie gelogen hat. Aber es wäre sogar schlimmer wäre, wenn die Regierung Bush zugeben hätte, dass sie gelogen hat. Sie sehen, wie viel die menschliche Leben verletzt hat. Saddam Hussein als Hitler. Und inzwischen hat der Bush zugegeben, ja, es war alles als Stunk und Erlogen. Während Friedbert Pflüger, der außenpolitische Experte der CDU, noch glaubte, nächste Woche finden sie die Massenverdienstungswaffen, hatte Bush schon längst gesagt, ja, wir wissen ja, das war alles gar nicht wahr. Da hat der Körper doch kein Problem mit ihr gehabt. Bush hat da gestanden, hat gesagt, ja, mein Freund Toni Blair glaubt bis heute, das mit dem Uran, der in Afrika war, unter uns, das hat man geheimlich sich aus den Fingern gesaugt. Die mussten irgendwas nachgedeckt, die Jungs wollen dir auch Geld verdienen. Alle anderen Tage, alle beide Tage, auch das sie gesagt haben, da diese Ancalation pass op, seien es eigentlich wahr. Viele sagen das alles gemachtEC. Und viele Leute sagten, es war nicht gemacht, es war nicht gemacht. Amerika haben Mittel getan, um die Welt blanken und ursprünglich zu skirtern, Das ist der amerikanische Traum und der Traum des Restes der Welt, um zu erreichen, was sie nicht erreichen wollen. Aber wahrscheinlich sind sie alle ein paar Flüsse. Was? Wirklich? Wenn er wieder von Merkel geht, hat er gesagt, Angela Merkel, woher sie das von nehmen? Bum, bum. So die Antrax, Blamey Hussain, die Antrax originiert von einem amerikanischen Lab. So die Antrax, oh, so die Antrax nur in Amerika undetekted. Die Antrax, die Antrax. Kommt. Und dann, Amerika. Oh mein Gott, sogar Angela Merkel? Ich glaube nicht, okay. Ah, ich kann sagen, dass er Angela Merkel nicht mag. Busch sagt heute, ja, auch die Massenverdichtungswaffen hat er wohl schon länger vorher vernichtet. Wir wissen es heute alles, wir geben es zu. Es gab keinen echten Grund für den Krieg. Und trotzdem war der Krieg gerechtfertigt, sagt der Busch. Er sagt wörtlich, ich musste etwas unternehmen. Ich konnte diesen gefährlichen Irren nicht an der Spitze dieses Staates lassen. Meine Damen und Herren, wenn das in Zukunft der Grund für einen demokratisch geführten Krieg ist. Wenn ein gefährlicher Irrer an der Spitze eines Staates steht. Ich weiß ja nicht, woran Sie jetzt denken. Aber in Italien würde ich auch schon mal die Jalousien runterlassen. Oder sagen wir es andersrum, in Hessen und Bayern haben die seit Jahren sehr viel Glück gehabt. Saddam Hussein als Hitler. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdlauch? Was für eine Fehlbesetzung, ne? Ich sehe Peter Schalatur noch vor mir in den Talkshows vor dem Krieg. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Das sind Fanatiker, hat der Schalatur gesagt. Das wird einen Häuserkampf geben. Die Amerikaner werden in Bagdad Haus für Haus erobern müssen. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Peter Schalatur, den hat der Vietkong auch nicht voll getroffen. Oh. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdloch? Ja, er war in seinem Erdloch. Er schießt. Er schießt. Ich bin der gewählte Präsident des Irak. Was für ein Hitler, wa? Ich habe gedacht, die haben den Thierse da aufgegriffen in Bagdad. Oh. 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 Ich glaube, dass er Thierse in Bagdad aufgenommen hat. Oh, Thierse ist in Deutschland. Der Allai. Der Allai. Der Allai. Der Allai. Wer hat den an der Macht gelassen? Geschwächt an der Macht. Schiiten, Sunniten, Kurden war sein Problem. Weiterhin. Total geschwächt. Absolutes Handels-Embargo. Ein Arschler im Wandschrank. Für eine Weltmacht. Eine prima Sache. Ja, wenn es zuhause nicht so läuft. Wenn die Konjunktur nicht anspringt. Wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arsch aus dem Wandschrank. Bumm, 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 bumm. Da kommt er wieder weg. So auch jetzt beim Terrorismus. 11. September. Alle sind geschockt. Vor allen Dingen in Amerika. Auch zurecht geschockt. Was können wir tun? Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas bombardieren. Als Antwort, ja. Bombardieren wir Afghanistan. Prima, da ist eh schon alles kaputt. Mach los. Also. Vier Wochen Bombardieren. Super. Terrorismus weg. Nee, Taliban sind weg. Terrorismus ist immer noch da. Wir können ja nicht mal uns nochmal in den Laden fangen. Sag mal ehrlich. Aber wir wissen noch, wo ein Arschler im Wandschrank sitzt. Ja, hat er was mit dem 11. September zu tun? Nee, aber wir wissen, wo er ist. Also. Raus damit. Bumm, 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 bumm. Und was macht der blöde W? Er macht den Wandschrank leer. Ich sah den. Wow. Wauw. This is some deep criticism of America. Okay, some deep criticisms. Oh. Yeah. I thought it was going to get easier to digest. Easier to, you know, assimilate. But to be honest, it's just getting harder and harder. Okay, this is getting harder and harder. Vogel Peace Post, he's just not taking it easy at all. Is he? Definitely not. Wer ist jetzt in Zukunft schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Es geht doch um die Freiheit. Afghan ist aber auch besetzt vor bösen Russen damals. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss doch raus. Wer kann das für uns machen? Da haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf. Und dann kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ja, mit wem soll ich denn kämpfen, hat der Osama gesagt. Ich hab doch hier keine Leute. Diese paar afghanischen Freiheitskämpfer, die hier rumlaufen, da kann ich nichts mit tun. Leute besorgen wir dir auch, haben die Amerikaner gesagt. Das war die Geburtsstunde von der Al-Qaida. Denn das Problem in Afghanistan bis heute sind nicht die alten afghanischen Freiheitskämpfer. Das Problem sind die Söldner, die da hingebracht worden sind. Die Amerikaner haben, um die Russen zu vertreiben, da sind die Amerikaner stolz drauf. Da brüsten die sich mit. Die haben 100.000 Söldner angeworben. Die haben mit Hilfe von Saudi-Arabien in den arabischen Ländern 100.000 fanatische junge Moslems angeworben. Amerika, was hast du getan? Komm her! Komm her! Und nach Afghanistan gebracht. Die haben diese religiösen Wirrköpfe, diese zu allem entschlossenen, potenziellen Selbstmordattentäter, die haben die praktisch der Hamas unter der Nase weggeschnappt. Und haben denen in Afghanistan ein besseres Angebot gemacht. Man könnte auch sagen, die USA sind der FC Bayern München, ist internationaler Terrorismus. Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen gegen die gottlosen Russen gekämpft, mit Unterstützung der Amerikaner. Zehn Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Laden. Waren noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben noch so ein klares Weltbild. Sie müssen noch mal helfen. Ein Land ist besetzt, Frau Merkel. Und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Genau. Genau. Was ist das? Nach heutiger Logik, nach Sharon-Logik, hätten die Russen damals einfach nur in Washington in der Fußgängerzone mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder angreifen müssen, um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut, sagen wir mal so. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben, nach zehn Jahren. Das Land war komplett zerstört, aber frei. Und die Amerikaner haben gesagt, super, guckt euch da euer Land an, es ist frei. Ja, es sieht nicht so schön aus. Aber es ist ja euer Land, viel Spaß damit. Ja, wie total vermint. Habt doch schon mal Bodenschätze. Oh, was ist das? Full of Mines. No, like the Mines. Landmines. Oh, great. So, you have mineral resources, eh? In the ground. Oh. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Man hat die ihrem Schicksal überlassen. Was haben die hunderttausend Söldner gemacht? Die hatten nie was anders getan als gekämpft. Die haben weiter gekämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten. Die verschiedenen Landesfürsten in Afghanistan. Und seitdem kämpfen die alten Söldner da, in verschiedenen Konstellationen immer... Oh, so the old mercenaries keep fighting against each other. And that's how it became the terrorist groups in their fighting. Wow. Wow. So, we're at the result of America's decision. Basically, that's what Volca Peace Pass is saying. My days, this is some crazy revelation. Okay, crazy revelation. Like I said to you guys when I was checking out the first one. I said, me checking out the first one was because I thought that he was a stand-up comedian. Okay. Or maybe I'll hear some German satire like the Hilton show. But man, this is some hard-hitting truths. Okay, really hard-hitting. To the point where I'm like, you know what? I need to research on these things. I need to just check to be sure. Because I'm like, this is some craziness, man. Okay. I didn't expect this at all. But, yeah, like I said, it's making me feel a bit uncomfortable. But then, it's what it is. And then, he has his facts. Basically, from what people have told me. And, I've checked out a few. And, a few, a few that I've checked. I've found that it's actually checked. And, the other few are going to find nothing about it. And, the other few are going to find nothing about it. Yeah. So guys, I've checked this out. Okay. And, I'm going to say, I've got some more curiosity. I've got some more knowledge. And, I want to know more. Okay. I want to watch it to the end. I want to get to the end of this whole issue. Alright. To the end of this issue. And, it's crazy indeed, man. It's crazy. Yeah. We're just there in this world, thinking of things happening in the world. And, what can we do? Like, look at Russia and Ukraine. At the end of the whole war, we're going to know the real truths. We're going to know the truth. The real crooks of the matter. Okay. But, I mean, history has happened. But, we shouldn't let history repeat itself again. We need to find a way to stop all of this. Anyway, I'll check this out. Make a peace peace. Definitely, enjoy this one. Okay. I'm looking forward to the next one. This video, your boy Shady Shady. What I don't only do, let me know if you think about this in the comment section. Also, smash likes if I give him some love. Peace out. Oh, I love you more than once can say. You are me. Oh, you are the light that's shining my way. You are me. Oh, I love you more than once can say. You are me. Oh, you are the light that's shining my way. You are me. the moon. You are the light that day, I'm going to be the light that day in the mood.